Hallo ihr were factors also herzlich willkommen auf mein neues Kanal. Die Nachricht wird auf eure kleinen FNAFing Game und ich bin hier zusammen 5 Nights atSonic s 5 You already know, this what happens when an inside jokes gets run into a game then there was a whole series of the while we get here number five 5 of the first chapter new game what 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 huh I can't do anything what 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 hey welcome to your new new powerlift where we put the fast in fast food heh heh sonic came up with that slogan anyways I'll be quick with explaining in your office there's two doors and a hallway in front of you there's also two vents behind you but you shouldn't have to worry about that 12 recharge power which is golden because of cloning issues likes to walk around at night left hallway right corridor so to protect yourself if you see him at the doors or close by the hallway just keep the light shot down his face and he should leave simple as that although the light can only be odd for so long at a time also the building's night power is quite small and drains fast however on the costume closet camera you can recharge it slowly by pressing the recharge button on your monitor that's all you really need to know hope you listen now I must get back to fixing on my airplane good luck and I'll see you tomorrow right ward right ward corridor right ward corridor center corridor center corridor second air wind first air wind first air wind what I don't need that focus is far left center corridor that's where that's where that's where that's where that's where that's the right one the right one and that's the left that's the right one Aber Moment, sieh ich noch gar keiner. The Viewing Scare. What? Ich weiß, ich bin ein Kind. Von links kommt keiner, von rechts kommt keiner. Im Moment ist ja noch alles ruhig. Das finde ich ja cool, dass man die Lüftung der Ventilator abstellen kann. Nicht schlecht, not bad. Aber er kommt, ich seh ihn nirgends. Da ist ja noch alles in Ordnung, ne? Wenn er nicht kommt, dann können wir uns ja mit dem hier vergnügen. Er war ja hier oben, ne? Jetzt müsst ihr... Center Corridor. Ja, Center Corridor. Da sind wir noch hier. Wo ist er? Left Hall, Left Hellway. Rightward Corridor. Dann wisst er erst, wenn er in dem Raum ist. Ne, er ist noch nicht da. Links, links. Links, links. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Center. weiter. Er ist weg. Wuhu. Nice. Er ist weg. Wuhu. Ich seh ihn nirgends. Ich seh ihn nirgends. Wo hat er sich hin verpisst? Eigentlich müsste er dann wieder zurück sein. Ah, da steht er wieder. No. Er ist noch hier. Können wir verfolgen. Nein. Noch ist er hier. Noch ist er da oben. Haha. Hat er gedacht hier, ne? Oh, liebe Waldmanier. Nicht mit mir, Kollege. Nettes Spielchen. Gefällt mir. Macht schon mal Spaß, ne? Macht Spaß auf dem Meer. Mal schauen, ob wir die Nacht überleben. Aber normalerweise müssen wir die Nacht überleben. Ah, er ist da oben. Solange er da oben ist, kann ich ja mal hier drauf drücken. Ich find's aber... Erst da oben. Oh, jetzt könnte er von links kommen. Könnte ich mir vorstellen. Oder auch nicht. Maybe. Left. Erst nach oben. Er kommt noch nicht drinnen. Wir haben schon vier Uhr. Vier Uhr. Es ist alles in Ordnung. Er ist unterwegs. Ich klappe mal die linke Seite ab. Ah. Er ist da oben noch. Noch ist er oben. Noch tut sich nichts. Noch ist er da oben im Viewing-Dingsbums. Dingsbums zum Dingsbums. Oh, jetzt sind wir wieder unterwegs. Die Drecksau. Was macht er jetzt da oben? Traut er sich jetzt nicht mehr runter, oder was? Er ist schon in die Umkleide der Räume. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Ist schon wieder da oben. Pst. Der kommt nicht mehr runter, Leute. Er mag nicht mehr. Die Zeit geht verdammt lange. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil. Dass die Zeit etwas lang dauert. Die Stunden. Weißt du, was ich meine? Ja, jetzt ist er da oben. Ich glaube nicht, dass er nochmal kommt, oder? So. Solange er sich da oben auffällt, passiert er eigentlich nichts. Also von dem her. Und anderer ist ja nicht unterwegs. Wie der Kollege hier. Der keinen Bock mehr hat. Wir haben 5 Uhr. Die Nacht könnten wir überleben. Center Area. Die Drecksau. Jetzt meint er natürlich, er muss nochmal kommen. Noch ist er da oben. Die Energie langt, das ist lässig. What? What? Left hell. What? Left hell. Das muss doch hier sein. Normalerweise müssten wir ihn doch sehen. What? What? Normalerweise kommt er von links. Oder hat er mich jetzt verarscht? What? What? What is it? Oh! Strike! Oh! Das Battery. 0 trainings. Oh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Was? Komm zu uns? Komm bei mir? Mal hören, was er sagt. Ich könnte das versuchen. Wir haben noch neue Wunschungen auf der Kamera im Zentrum und in der links. Wenn du die drüben pressst, kannst du die Vents öffnen. Aber die Lichter verlieren die Kraft. Sie können sogar die Kraft rauskriegen, wenn es zu lange dauert. Be careful mit denen. Okay, das ist es für heute. Gute Nacht. See you tomorrow. Left corner, das ist die Lüftung. Sie kommen auf jeden Fall nicht durch die Lüftung noch. Oder er. Hier ist er. Er kommt. Er kommt. Mysteriös. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich bin ein bisschen wortkarg. Ich weiß, aber ich muss mich ja da konzentrieren. Ich muss mich ja konzentrieren. Das verstehe ich ja sicher. Wenn er selber spielt. Wenn du angespannt bist. Und dich konzentrierst. Bist du auf einmal ganz zurück. Das größte Großmaul. Hält dann mal die Fresse. Wenn man sich konzentriert. Auf einmal. Weil man will ja auch was erreichen. Center Stage. Center Stage. Aber solange er noch da ist, passiert nichts. Close Vent. Ah, hier. Hier steht Close Vent. Bei Center Stage. Also in 5 kann man die Lüftung schließen. Na vielen Dank. Wo ist er jetzt? Ah, ich war da oben. Also. Merken. Kamera 5. Lüftung. Und 8. 5 und 8. 5 und 8. 5 und 8. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. Oh oh. Oh oh. Aber er kommt noch nicht. Close Vent. Muss ich es jetzt schon machen? Ich weiß es nicht, Leute. Noch nicht. Vielleicht macht es ja auch ein bestimmtes Geräusch. Das wäre natürlich von Vorteil, ne. Erstens wieder zurück. Das ist nicht mal schlecht. Das ist nicht schlecht. Da bin ich mal gespannt, ob wir das überleben hier. Ja, ne. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, Freunde der Nacht. Kommt halt drauf an, wo er jetzt dann kommt, ne. Aber muss es ja mal abchecken hier, ne. Die ganze Lage, ne. Die Lage sondieren. Was passiert? Wann? Wo? Und vor allem, wo ist er jetzt wieder hin? Jetzt ist er mit Sicherheit aufm... Äh. Was mach ich denn? Ich vollpfosten. Ah, den hab fast übersehen hier, ne. Die Drecksau. Wär ja fast schiefgegangen. Aber nur fast. Ja. Er ist oben. Ich bin mal gespannt, wann das erste Mal in die Lüftung geht. Der Honk. Wo ist er jetzt? Äh, hier oben, bitte. Kinders, 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 Kinders. Das Spiel macht mich verrückt hier. Da quiekt die Nase hier. Ja, ne. Sind wir noch oben? Ja. Jetzt ist er da unterwegs. Das war da hier. Äh. Er könnte sich mal was anderes einfallen lassen, wie hier nur auf Nummer... ... ... ... ... ... ich bin voll bescheuert heute ich muss mich immer konzentrieren immer konzentrieren ach schuldig geh weg ich habe gedacht er kommt durch die lüftung oder kein bock oder was oder schon 20 minuten auf hier da können wir sehen wie lange die nächte gehen also wenn ich die nacht überleben soll dann war es das für diesen part ich werde auf jeden fall weiterspielen kein thema macht spaß ist easy vielleicht gefällt es euch ja ich weiß es ja nicht aber ich muss halt was spielen tut mir ja leid es tut mir ja so leid dass ich was spielen muss die nächte gehen die nächte gehen Wieso geht es nicht? Wohin? Game over! Leck mich doch am Arsch! Ich hab's gewusst! Ich konnte ja in The Center Hall nicht mehr die Lüftung drücken. Das war ja anscheinend kaputt. Naja, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Das war auf jeden Fall Five Nights at Sonic's Five, the First Chapter. Ich werde es das nächste Mal nochmal probieren mit der Lüftung. Ich weiß ja nicht, warum, wieso, weshalb. Die Lüftung hat jetzt auf einmal... Ihr habt ja gesehen, es hat ja so geflackert, ne? Der Button und er ging da nicht mehr. Mysteriös. Hätte ich sie vielleicht vorher zumachen sollen? I don't know. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich recht herzlich bei euch für's Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem großen Kanal. Lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Oder so. Teilt mich. Empfiehlt mich weiter. Sagt zu euren Freunden, hey, gebt ihm doch ein Abo. Ich brauche 670 Abos. Nein, 570. 570 Abos. Oder so. Oder so ähnlich. Naja. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Genießt ihr das Leben mit Your Life. Und habt Spaß miteinander verhauen sie nicht. Und ich sag tschöbenöpfig. Und ich kann raten sie, euer rostiger Rentner. Seid euch und gut bei. Adi. Ciao. Wir sind vierte Oste. Ciao.